Ein fröhliches Mögel, liebe Leute, zu diesem wundervollen neuen Hearthstone-Video. Heute begeben wir uns mal in eine andere Spielart und Weise, und zwar in den wilden Modus. Hierbei habe ich mich ein bisschen an meiner gestrigen Aufnahme orientiert und mir gedacht, hey, es wird doch mal Zeit, den Buffer-Deen auch im Wild zu testen, denn man muss ganz ehrlich sagen, es gab schon sehr, sehr gute Buffer-Deen-Decks, die auch relativ stabil performt haben. Aber durch Allianz Bannerman, wie auch Catecum Guard, könnte dieses Deck noch deutlich besser performen. Alternativ dazu spielen wir noch ein Ooze-Package, das bedeutet also Echoing Ooze, Blistering Rod, wie auch Underbelly Ooze. Diese Karten machen halt einfach das, was einen Ooze meistens macht, er nimmt Stats auf und gibt sie wieder in einem weiteren Minion. Das macht tatsächlich auch Saroni-Chain-Gang, was unglaublich stark ist, oder alternativ der Chill-Blade-Champion, in der Hinsicht, dass er in sich aufnimmt die Stats und dem Gegner direkt einmal ins Gesicht rotzen kann. Ansonsten, wie gesagt, nur reine Buffs, ein bisschen Card-Draw, zusätzlich noch ein Sword of the Fallen, wobei ich mir hier nicht so ganz sicher bin, weil Sword of the Fallen ist auch manchmal nicht ganz optimal, aber man zieht auf jeden Fall Oh My York raus, was extrem wichtig ist in bestimmten Situationen. Und dann schlussendlich noch einmal ein kleines Removal-Package, weil ich auch schon das ein oder andere Mal erlebt habe, dass es halt einfach nicht ganz so gut funktioniert, wenn man hier ohne Removal im Wild spielt. Okay, lasst uns rein, wir mal schauen, wie dieses Deck hier performen wird. Okay, erstes Spiel schon mal direkt gegen den stärksten Gegner, der wahrscheinlich hier im Wild gerade rumkreucht und fleucht, der Warlock. Das könnte böse werden. Um vielleicht so ein bisschen eine Background-Story noch ein bisschen zu diesem Deck hier zu erzählen. Ich habe mich dafür entschieden, das Ganze nochmal so ein bisschen aufleben zu lassen, einfach weil ich diese Möglichkeit des kompletten Buffer-Dien-Spielen im Wild unglaublich cool finde. Dieses, du hast Minions, die sich verdoppeln und dadurch holst du dir Value raus, ist schon einfach eine bombastische Sache. Okay, so und das könnte tatsächlich schon eine relativ gute Sache für uns sein, dass er hier anfängt, Karten zu ziehen. Wir haben auch direkt Libram of Justice, falls es einen dicken Dude slammen will. Großes Problem ist tatsächlich, dass es kein... Okay, er hat den Elch gezogen. Dass es hier keine wirklichen Buffs für mich gerade zur Verfügung stehen, was extrem uncool ist. Das heißt also, ich bin momentan eigentlich nur ein Paladin, der ein bisschen Schmutz auf der Hand hat, mit dem Echoing Hoose oder dem Blistering Rod. Das ist nicht ganz optimal. Okay, er zieht... Nein, warum gerade ihn? Ah, das ist halt nicht ganz optimal, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist halt überhaupt nicht optimal. Ich habe damit keinen Buff mehr auf der Hand. Das wird der erste Buff sein, den ich spielen kann. Hero Ability. Ich trade jetzt hier auch. Ich habe halt jetzt nur drei Minions, die gebufft werden dadurch. Aber es wäre so schön gewesen, wenn ich ihn gespielt hätte, daraufhin dann ganz locker den Grime Street Outfitter und dann halt immer langsam, aber deutlich aufgebaut. Kazakus, okay. Er muss gucken, dass er noch um meinen York rumspielt. Aber ich glaube tatsächlich, dass dieses Deck definitiv Reno Jackson spielen wird. Und mit Reno Jackson muss man halt leider ein bisschen aufpassen, sondern ich glaube, wir müssen super Agro spielen, damit wir irgendwas gegen Reno machen können. Okay, damit ist der hier ein Fünfer. Ich kann ihn leider nicht rausspielen. Ich meine, ich könnte ihn ein bisschen forcen an der Stelle jetzt, dass er ein bisschen was machen muss. Ich könnte aber auch einfach einige Karten ziehen. Das ist dazu gut. Da habe ich ein paar richtig gute Karten gezogen. Da habe ich ein paar richtig, richtig gute Karten gezogen. Interesting. Einen guten für den Fährer. Zaubersprüche sind immer noch nicht wirklich aktiv für ihn. Er hat halt den Coin. Das ist halt eine Sache. Okay. Mit Rush kannst du nicht face gehen, mein Freund. So funktioniert das nicht. Gut. Also, was möchte ich denn an dieser Stelle machen? Ich könnte Doppel-Bannerman spielen. Einfach mal. Das war zu stark, Leute. Nee, ich kann nicht Doppel-Bannerman spielen. Okay. Okay. Ich würde aber gerne Doppel-Bannerman spielen. Dammit. Er hat halt einfach so ein paar zu gute Trade Minions gerade auf dem Board. Also, ich muss halt ganz ehrlich sagen, dass Goldshire Gnull halt in einem Handlock unglaublich performen kann. Also, das ist schon ziemlich nice. Er live-tappt. Okay. Da kommt der... Da kommt der... Ja, damit habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, aber das ist okay. Ich habe, wie gesagt, meinen Libram of Justice auf der Hand. Für den Fall der Fälle. Oh, wow. Er hatte keinen Demon. Drain Solver denied. Traded hier sicherlich. Das ist nicht cool. Aber es ist actually okay. Es hätte schlimmer sein können. Es hätte definitiv schlimmer sein können. Ich meine, der ist halt richtig, richtig krass. Der drückt halt mal kurz 7 Damage direkt Face, wenn es gut läuft. Naja, er koint an der Stelle jetzt. Das ist natürlich klar. Ambiggen. Okay. Ambiggen. Damit werden einige seiner Sachen ein bisschen mehr kosten. Er hat das. Traded wahrscheinlich. Mule. Okay. 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 Das ist nicht zu schwer. Das ist nicht zu schwer. Aber es bringt halt einfach nichts, weil er zu viele... Zu viele Zerstörungszauber schon viel zu früh hatte. Ich habe versucht wirklich dadurch extrem bald aufbauen zu können. Aber es ist halt nie gegangen. Er hat halt wirklich durch seinen Handlock-Sein einfach unglaublich viel da schon direkt im Early-Game rausziehen können. Das war ein sehr guter Spell, muss ich sagen. Geht natürlich hier weiterhin aggressiv. Zerstört meine nichtwaltende Waffe. Das ist auch okay. Den Us hätte ich auch sehr, sehr gerne gebufft. Also ich kann Muli töten. Ich halte mich mal um neun. Hätte ich nochmal so einen Typen, wäre das halt richtig nice. Hätte ich mal nochmal so einen neuen Achter, hätte ich ihn jetzt sogar in Richtung von sehr, sehr viel Damage hitten können. Ich glaube, dieses Deck hier wird halt einfach gut sein. Habe ich lethal, Leute? Ich habe lethal, oder? Ich habe 22 Damage, er hat 20 Leben. Als ob das wirklich funktioniert hat. Ich habe halt wirklich gedacht, er kann sich jetzt hier komplett aus dieser ganzen, aus allem einfach rausholen mit Reno. Mit jeglicher Karte, die ihm irgendwo einen gewissen Heal gegeben hätte. Aber, ja, hätte ich mal gesagt, hat er ein bisschen Pech gehabt, dass er da nicht irgendwie was Besserigs gezogen hat. Also, das war ein sehr, sehr gutes Ending tatsächlich. Und zeigt auch nochmal, wie stark es denn ist, wenn der Gegner einfach irgendwann mal keine Antworten mehr gegen deine dicken Minions hat. Und das ist jetzt nicht nur so, weil ich jetzt hier halt einfach wirklich ein bisschen lucky gezogen habe oder sowas, sondern, ja, es ist, man muss halt echt aufpassen, dass man nicht sein Pulver zu früh einfach verfeuert gegen dieses Deck. Weil irgendwann mal spielst du dann halt so Sachen raus, die sind einfach mal X, die haben X, hier, XHP, XDamage, die sie austeilen können. Und da musst du halt dann rechtzeitig noch drauf reagieren können. Okay, gegen Rogue könnte es interessant werden. Der ist ja nochmal ein bisschen aggressiver, nochmal ein bisschen schneller. Ich fand es auch cool, dass es, also es ist halt einfach so, wenn du wirklich in Wild momentan spielst, dass du ja sehr, sehr häufig dieses, dieses typische aggressive Deck einfach, der, ich glaube, inzwischen wurde er ja deaktiviert im Wild-Modus, dieser, ähm, Gott, mir fällt es ja mit seinem Namen gerade schon gar nicht mehr ein, Preparation, oh mein Gott, Shroud of Concealment, was, was spielt er für ein, der ist Marligos, oder? Ist es Marligos? Spielt man auch Marligos heutzutage? Ich denke, ja. Das ist ein super schöner Buff hier einfach nur an dieser Stelle. Und es wäre noch schöner, wenn ich einfach schon vier Mana im nächsten Zug hätte, um dann den, äh, Glowstone Technician zu spielen. Oh mein Gott, er zieht halt einfach alle Minions dieser Welt. Okay, aber wir bauen den Glowstone Technician nicht, denn wir haben hier den Aliens Bannerman und ziehen raus, oh, the ooze, the ooze ist halt nice. Das Schöne ist, äh, wir müssen, obwohl, das ist nicht schön, aber wir müssen hier halt ein bisschen auf Vanish aufpassen, weil Vanish kann eklig sein. Es wäre halt so schön, wenn er einfach mir so, wenn ich eine leere Hand hätte und er würde mir das hier, oder keine leere, aber halt ein bisschen eine leere Hand und er würde mir das hier vanischen. Oh nein, jetzt weiß ich, was das für ein Deck ist. Das ist dieses, ähm, unglaublich nervige, äh, Spirit of the Shark Deck. Dieses, ähm, boah, mir fällt der Name ja gerade gar nicht ein. Möchte ich das wirklich schon... Ne, ich mach das im nächsten Zug, gell? Das ist definitiv im nächsten Zug. Rainbow! Oh, und er zähl ich hier natürlich. Und er kann mich jetzt eigentlich noch nicht OTK'n, glaube ich. Ich bin mir aber nicht sicher, wenn ich ehrlich bin. Ich bin mir halt einfach nicht sicher, ob er mich nicht gerne OTK'n kann, dieses Deck. Turn 5. Er hat jegliche Minions eigentlich gezogen. Er hat jegliche Minions... Oh, jetzt hab ich's weggeklickt. Was hat er gespielt? Coin. Okay, geht auf 6. Foxy Fraud. Doppel Foxy Fraud. Minstrel. Doppel Minstrel. Was heißt das, er hat einige Minions noch im Deck? Okay. Coin. Er kann mich schon töten, oder? Ne, wait. Wie viel... Für jede Karte, die er ausgespielt hat, gell? Für jede Karte, die er ausgespielt hat, macht er... Schießt er mir einen Damage. Und das waren jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. 9 und 9. 9 und 9. Actually strong. Actually ziemlich strong. Ich habe tatsächlich das größte Problem ist einfach, dass ich ihn nicht töne. Also den muss ich definitiv ausschalten, ihn muss ich ausschalten, dass die Coins halt whiffen. Das ist ein schöner Overdrawer, aber es wird nicht reichen, gell? Was hat er jetzt bekommen? Er hat eine Kopie von allem bekommen. Alles kostet 1 auf seiner Hand. Das heißt, er kann mich definitiv töten. Shark, ja. Er kann mich definitiv töten. Ja, das ist halt so eine Alternative, wo man halt sagen muss, das ist halt schon ziemlich gut. Er braucht ein bisschen Board-Space an der Stelle. Headet mich nochmal für insgesamt 9. Und damit ist es halt vorbei. Foxy Fraud, nochmal Foxy Fraud. Ja, das müssen wir uns jetzt eigentlich nicht angucken. Das ist halt wirklich... Ich glaube tatsächlich, ich hätte dieses Game gewinnen können, wenn er nicht direkt auf Turn 4 seine Kombo hätte spielen könnte. Das ist schon ziemlich, ziemlich stark für so ein Deck. Aber ich meine, hey. Das muss er auch irgendwie gewinnen. Nächste Runde. Okay. Magier. Das ist tatsächlich ein Deck, warum ich Oma York hier mit reingepackt habe. Oma York kann hier Sachen machen. Packen Divine Favor weg. Und ziehen eine Saronite Chain. Das ist ziemlich gut. Es wäre jetzt schön, wenn ich noch Smugglers Run, Grim Street Outfitter oder Grim Street Outfitter ziehen würde. Äh, Alternativ dazu. Close Stone Technician für später. Chill Blade ist auch gut. Das ist halt ein Pure Damage Output, den wir hier haben. Wir grüßen natürlich den Gegner an dieser Stelle. Blistering Rot, auch gut. Hero Ability and Turn. Wollen den Us jetzt hier noch nicht rausspielen, ohne irgendwelche Sachen zu machen. Ah, okay. Es ist Secret. Secret Mage. Kann Secret Mage hier was machen? Ja, er hat halt, er hat halt so ein paar Sachen, die nicht so cool sind. Das ist ziemlich gut. Möchte ich im nächsten Zug schon eine Saronite Chain Gang raushauen? Könnte ich mir überlegen. Oh. Hallo. Oh. Das ist immer nice. Ist das Feuer Mage? Spiele denn Feuer Mage? Das fände ich cool, tatsächlich. Feuer Mage finde ich prinzipiell ziemlich nice. Okay, wir holen uns jetzt mal zwei Uslings. Ich habe jetzt den Grime Street Enforcer für den nächsten Zug. Das heißt, die hier wachsen auch nochmal weiter. Kommt schon nochmal der Buff. Okay. Secret. Jetzt werden wir gleich sehen, wo er hin hittet. Ja, okay. Jetzt ist klar, was es ist. Okay. Okay. Es ist doch nicht mehr klar, was es ist. Alright. Die Hand wird weiter gebufft. Sechs Damage inzwischen auf den Chill Blade. Er muss sich um den 6-6er kümmern. Der wird sonst zu gefährlich. Er könnte hier ein Ding haben. Ah, er freest. Okay. Okay. What is this madness? Oh mein Gott, so gut. What is this madness? Wer spielt denn bitte Snap Freeze heutzutage? Snap Freeze in 2021. Dinge geschehen hier noch, Leute. Oh mein Gott. Da geht Face. Das mag los. Oh no. Ice Barrier. Okay, das ist ein bisschen anstrengend. Die große Frage ist halt, für wen ist es hier ziemlich anstrengend, weil ich packe mir nämlich jetzt hier 2, 7, 8er mit aufs Spielfeld, die er erstmal handeln muss. 7 Mana, klar, da könnte ein Flamestrike oder sowas rauskommen, aber der Mate hat Gott sei Dank kein AOE, ich zerstöre dir alles Removal einfach. Und damit bin ich bei 34 Damage momentan. Er kann mir 2 Stück, würde ich jetzt mal behaupten, ausschalten, mit viel Glück 3. Wenn er einen Freeze hat, kann er mir mein Board komplett in der Runde ausschalten, oder was er gesagt hat, logischerweise mich freezen, aber ich denke nicht, dass das über mehrere Runden gehen kann. Das sind halt 3 Damage auf alle. Das juckt meine Minions nicht mehr wirklich. Ich habe halt immer noch 31 Schaden. Ja, der kann noch einmal pingen für 3. Und ich habe noch einen 9er, der chargt. Er hat halt wirklich den Freeze. Oh, come on, dude. Warte mal, die 2 beschwören jetzt nochmal 2 von den Kollegen, gell? Die 2 beschwören ja jetzt nochmal einen 7-5er und nochmal einen 7-2er. Also er kann jetzt nochmal ihn hier rausspielen, dann... Ja, da kriege ich noch ein bisschen Damage, aber ansonsten... Das ist ziemlich gut für ihn wahrscheinlich. Con of Cold. Con of Cold. Nochmal einen Freeze also. Und damit tötet er mir den ersten weg. Okay. I guess. Ich kriege jetzt hier nochmal einen. Und ich habe mir noch einen 7-4er. Also mir ist klar, was... Das könnte ein Counter-Spell sein, oder ist das halt das typische... Das typische... Oh mein Gott, er hat kein Secret mehr in seinem Deck. Brian Freeze, okay. Ping den zu Tode. Das ist halt das, was dieses Deck hier machen soll, Leute. Genau das und nichts anderes. Und im Prinzip kann ich ihm jetzt Lieferhitten, gell? Ich habe 22 Damage auf dem Spielfeld. Ich hätte jetzt was mit ihm eingreifen sollen, gell? Okay, das ist kein Lieferhitter mehr. Doch, ich kann ihn trotzdem theoretisch liefern mit meinem Chillblade Champion. Sollte ich das machen? Ich meine, ich... Prinzipiell ist es die sinnvollste Sache, dass ich den jetzt hier... Old Played. Es war das sinnvollste Play jetzt an der Stelle, hier jetzt wirklich mit dem Chillblade reinzugehen, weil die Chance, dass er hier ein Ding spielt, ist nicht so hoch, meiner Ansicht nach. Äh, besser gesagt, sie war schon hoch, aber ich hätte ihn definitiv triggern müssen. Er hatte keine Karte mehr auf der Hand. Das heißt also, er war hier in einer extrem schlechten Position. Und ich musste hier halt dann einfach einschreiten. Das war halt einfach wichtig an der Stelle. Dass ich irgendwie entweder eben Damage drücke oder halt alternativ jetzt sage wirklich, ich bekenne mich dann auf die nächste Runde und hoffe, dass ich nochmal einen Buff kriege und drücke ihn dann halt kaputt. So, und dann kommen wir mal hier zum Resümee, liebe Leute. Ja, was gibt es da sozusagen zum Usadin? Ich finde ihn ein wirklich super lustiges Deck. Er ist jetzt vielleicht nicht das 9 plus Ultra, eben der Wild Meter, aber er macht unglaublich viel Spaß zu spielen. Er hat so ein paar alternative Tricks. Er spielt so alternative Karten wie zum Beispiel Blistering Rod oder Underbelly Ooze, die wir jetzt leider nicht so häufig gesehen haben. Aber nichtsdestotrotz ist es halt einfach, es performt stabil. Es hat seine Plays, es hat seine Winning Condition einfach durch Chillblade Champion, durch die ganzen Rods oder die ganzen Oozes, die er halt aufs Spielfeld bringt. Und könnt halt damit auch wirklich Metadecks wie zum Beispiel Secret Mage, wie zum Beispiel auch teilweise irgendwelche Hunter oder sowas über den Jordan jagen, weil ihr über eure Buffs doch ein bisschen stärker sein könnt. Man muss also bei diesem Deck vor allen Dingen aufpassen, dass man nicht Out-Agro wird oder Out-Controlled. Man muss ein bisschen schauen, dass man nicht immer seine Minions einfach nur aufs Spielfeld schmeißt und hofft, dass sie liegen bleiben, sondern auch immer ein bisschen mit Kombination von Oh My York oder sowas zu spielen. Und ja, dann funktioniert das eigentlich ganz schön. Für seine Dust-Kosten ist es definitiv okay. Es spielt jetzt hier keine einzige Legendary Karte. Das heißt also, man kann es sich relativ gut für wenig Staub craften. Und ja, testet es doch einfach mal aus. Es sind meistens sowieso Key Cards, die auch in vielen anderen Wild Decks gespielt werden. Und damit wünsche ich euch einen wundervollen Tag, liebe Leute. Hauen rein. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss. Ich hoffe, es geht's. Ich hoffe, es geht's. Untertitelung des ZDF, 2020